The Game, Alter. Okay, let's go. Drei sichere Abhackungen in einer Round. Generator Rushers. Jo, drei Leute müssen eigentlich nicht an einem Gen sitzen. Mac, Mac, komm mit. Fuck, ist ein Trapper auch noch. Jo, mach doch den fertig da. Okay, ey, ich bleib in der Nähe. Ich bin zwar mega sinnlos für mein Team. Oh, der kickt die vielleicht gar nicht so schnell. Sick. Oh, fuck, man. Also, der Plan, selber gejagt zu werden, das war eigentlich jetzt nicht influenziert, muss ich sagen. Oh, shit. Okay. No, stop it. Ja, der muss aber auch dann Downs kriegen. Also, nicht ich. So allgemein. Die generellen Downs. Yeah, get him. Oh, die Flashlight saven. Hm. Sick Pebble, oder? Nice. Nummer eins. Nummer eins. Jo, hau mal rein. Oder ist der unten? Der ist unten. Perfekt. Ey, komm, die Hakenrettung war sicher. Es ist nur immer lustig, wenn die Survivorin mit tiefe Wunder vom Killer verfolgt wird und dann auf einmal die sichera Haken hat. Dann denkst du so. Du denkst dir so. Ich hab den nicht mitgekriegt, Alter. Nö, der Typ will Sachen von mir. Sexueller Natur. quem, die, die, die. Yeah, yeah, gib mal. Sorry, Mac. Hier. Die Palette. Der ist über mir, Alter. Oh mein Gott, der Trapper. Okay, der hat die Mac gefunden. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Oh, acht Charges sind mehr als ich dachte. Okay. Ich hör den immer schnaufen, ne? Alter, der Typ hat einen ganz komischen Terrorradius. Was ist mit ihm verkehrt? Oh, keine Falle. Oh mein Gott, das ist ein kleines Baby, Alter. Nicht Flashlight saven. Wer? Ah, damit rechnet er, okay. Vielleicht ist er doch nicht so ein kleines Baby. Scheiße, wo ist der hin? Fuck, warum da unten? Wie komme ich denn da jetzt hin, vor Schreck? Uh, schnell. Ui, Alter. Okay. Perfekt. Wir machen nicht so viel Degents, was auch an mir liegt. Woanders hin halt. Ah, krass. Krass, krasse Theorie, Alter. Bin mir nicht sicher, ob die stimmt. Warte mal, ich baller die jetzt nochmal rein hier. Yeah. Enjoy. Wollen wir den rushen? Meg, wirst du bitte gejagt. Meg, bist du bitte gleich tot. Wait. Die Obsession wird gejagt. Ich muss da hoch. Naja. Die wollen alle Flashlight saven. Wo bist du denn hin? Was macht der denn immer? Der Trapper ist weird. Ah, ha, 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 aua. Au. Der Sack. Der bin nur... Ich fühl mich... Alter, der... Der tut sich einfach gütlich an mir. Und dann... Dann lässt du mich liegen, Alter. Wie die Schlampe, die ich bin. Oh mein Gott. Ich habe dir was mitgebracht. Sorry, ich muss überleben, Alter. Fuck. Mädels. Mädels. Ihr müsst mal... Ihr müsst mal... Mädels. Yeah, sick. Er schnappt ein bisschen frische Luft. Ich hoffe, dass er die Obsession kriegt. Dann wäre nämlich meine Challenge dann. Oh mein Gott. Yo, Jui. Ein bisschen schneller. Perfekt. Aber das war eine exquisite Palette, Seth. Perfekt. I don't know. Wow. Wow. Das ist halt vollkommen egal, ne? Der checkt... Ich weiß gar nicht, was er tut. Jetzt schnapp die... Oh, fuck. Schnell. Trapper. Ne. Get him. Get him. Warum kommst du zurück? What the... Was spielt der, Alter? Ich begreif das nicht. Was macht er da? In die Fresse. Jo, er geht natürlich nicht runter. Na klar. Freilich kommt er zu mir. Mindtrapper. Also, einmal so zu funktionieren. Ein einziges Mal bitte ich dich um Sachen. Der ist so weird. Ich weiß nicht, was er tut. Komm, der weiß das selber nicht. Ich werde jetzt hier ein Med-Cip rausholen. Da werde ich mich heilen und dann nehme ich meins wieder. Fuck. So ähnlich. Mädels, wartet da bitte. Mädels. Nicht hauen. Ich habe gebodiblockt, Alter. Ich bin sinnvoll. Der hat nur erstes Calling oder so einen Scheiß. Macht bitte hin. Perfekt. Perfekt. Oh, die mecke, Alter. Der lässt sie da stehen. Boah, der ist so überfordert. Boah, der arme. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bitte schnappt ihr einen. Ja, gerne. Warum nicht? Warum nicht? Warum lässt du sie gehen? Der Bastard. Warum bin ich immer nett? Warum bin ich immer nett und hilfsbereit? Wie geht die dir? Sieht sie ihren Arsch raus, Logan? Ich meine, der ist rot und äußerst... ...rönt. Vielleicht? Ne? Genau. Muddy hatte gestern Geburtstag. Singst du für sie? Spiel Kaffee Herz. Was, Muddy? Und das erfahre ich jetzt so? Hier, Alter? Mit meinen Händen an dieser Yui? Im Schlachthaus von Jigsaw, Alter? Wait. Da gibt es was für ein Rad zu fahren. Aber wir müssen das erste Ziel uns bringen. Ich habe jetzt hier zwei Abhackungen. Komm. Och, die Dead Hearts. Bitte gib jetzt nicht auf, Alter. Nicht ich! Die! Die ist verhundert. Yes! Schnappen. Troopy! Oh, ich liebe euch. Yo, ich liebe euch. Okay. Jetzt könnt ihr auch machen, was ihr wollt, Alter. Komm, wir genrushen jetzt. Perfekt. Adrenalin! Adrenalin! Sick Adrenalin! Einfach eine kranke Nummer. Yo, jetzt könnt ihr mich am Arsch recken, Alter. Okay, Mädels. Jetzt haben wir genug Spaß gehabt, aber... Jetzt am schönsten ist, dass wir aufhören. Huch! Ähm... 10 Schmacken, dann schufe 10 Bits. Der andere, dann schufe deinen Schumba. Und den Reminder. Appreciated. Oh! Sorry, ich musste das schmeißen. Die Ärzte von der Seite nicht gesehen. Oh! Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y. Yaaaa-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y. Fucking DS! What? Oh! Shit! Oh! Fuck! Oh! Oh! No! Mach das auf! Zu spät Ich hab nicht auf den Timer geachtet Ey, wenn er uns alle tötet, dann aber verdient Ey, ich glaube, mein Timer war gerade zu Ende Ich weiß nicht Aber ist mir scheißegal Hat er sich verdient Ein geiler Typ Yo, ich hing gar nicht die Runde, ne? Yo, hack sie ab Jetzt, jetzt, hack sie ab Weg Perfekt Okay, ich muss mich heilen Scheiße Hier ist aber auch eine Stär Boah, zum Glück, Alter Der hat ein Denhard und er gibt auf, Alter Oh, no Warum sind wir alle einfach noch nicht draußen? Was, was, was? Ist das offen? Bitte lass es offen sein Ja, es ist offen, ne? Oh, Mädels Was, was, ne Runde, ey Ja Komm, raus Raus jetzt Uh, Angst Ja, du hast es verdient, Alter Sorry Geh, schnapp sie dir Bring sie zum Haken Die Supersau Der Disrespect, ey Oh, der war gerade acht Uff Ja Ja So deserved Sorry, aber Sorry, aber Fuck you, Alter Mit dem Flashlight Disrespect, ey Come on Come on Geh doch dann raus Der Typ hatte echt Keine schöne Runde Ja, selber schuld Absolut Aber vielleicht Also, keine Ahnung Jetzt sagt sie vielleicht Ihr wollt ihm einen Kill gönnen Aber wollt sie nicht Wollt sie bestimmt nicht Ich weiß nicht, was der Trapper vorhatte Oder was der gemacht hat Aber Uff Hä? Zack, sie Mit Rang 4, Alter Alla Wollt sie ? ARDATURY 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 ... Oh ja 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 ich bin... WDR mediagroup GmbH-Untertitelung www.mesmerism.de